einen wunderschönen guten tag ihr lieben hier was richtig tolles installiert kurz bevor ich losgefahren bin damit ich die zeit nutzen kann euch ein kleines intro für das heutige video zu geben erst einmal freue mich dass ihr eingeschaltet habt ich freue mich dass ihr hier am start seid in den nächsten wochen werdet ihr ganz viel hier sehen was eigentlich in unserem haus so alles passiert wir haben es vor neun monaten gekauft es war ein langer 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 weg bis wir überhaupt die schlüsse bekommen haben bis alles fertig war bis wir die anträge genehmigt bekommen haben dass wir in dem haus umbauarbeiten machen dürfen denn dubai ist es so dass selbst wenn man ein haus gekauft hat und es einem selber gehört man nicht einfach da drinnen machen kann was man möchte mir war das zwar schon in einer gewissen form bewusst also ich wusste dass zum beispiel wenn man jetzt irgendwie in so einer community liegt in der wir leben also wo halt alles gleich aussieht das ist ja hier in dubai so dann muss man sich das natürlich schon bewusst sein dass man da nicht einfach daran verändern kann was man will dass die also dass der ganze look der community natürlich anders aussieht aber mir war nicht bewusst dass das auch für solche sachen gilt wie böden verändern küche verändern all solche sachen das heißt ich bin durch ein dokumenten marathon gelaufen das heißt ich habe so viele anträge stellen müssen dass ich überhaupt anfangen durfte zu renovieren und jetzt haben wir endlich die permission bekommen die die mich vielleicht auf instagram so ein bisschen schon begleiten die wissen dass in den letzten wochen bei mir eine echt harte zeit gewesen ist also wir haben leider unser baby in der 18 woche verloren und ich habe eine echt beschissene zeit hinter mir umso sehr freue ich mich heute dass es endlich losgeht und ich mich auf etwas konzentrieren kann was mich glücklich macht ach leute ja man hat das einfach natürlich immer noch nicht verarbeitet aber ich kann nur sagen ich bin unendlich glücklich dass es jetzt mit dem haus losgeht und ich mich darauf konzentrieren kann das ist ein absolutes herzensprojekt von mir ich habe mir immer ein haus gewünscht dass ich auch renovieren kann und sowas wir haben dieses haus leider erst sehr spät gefunden das heißt es war schon komplett fast also fast komplett fertiggestellt und dann durften wir dann nichts mehr sozusagen den sagen was er ändert werden soll das heißt wir konnten jetzt eigentlich erst im nachhinein im prinzip alles verändern was natürlich schade ist aber ihr müsst auch verstehen dass wenn man mal so ein haus sich kauft hier in dubai und dann das erste eigene haus irgendwie so hat dann möchte man das natürlich auch so machen wie man ja wie man sich das wünscht und deswegen habe ich jetzt einfach gesagt ich mache das jetzt einfach so schön wie ich das möchte und wenn das halt bedeutet dass man halt ja eigentlich einen frisch gelegten boden erneuert und frisch gelegte fliesen erneuert das ist natürlich klar scheiße aber ich wünsche mir das einfach so sehr und hoffe das jetzt wirklich das nachher dann auch alles genauso aussieht wie ich mir das wünsche ja das ist im moment die aktuelle lage ich fahre jetzt ins haus denn heute ist tatsächlich endlich endlich soweit heute beginnen die umbauarbeiten und ich kann es wirklich jetzt kaum erwarten heute fangen wir an die wände rauszureißen und ich treffe mich jetzt gleich mit dem team und ja dann geht's los ich würde sagen seid gespannt auf diese reise die wir da jetzt zusammen machen ich glaube es wird echt aufregend cool ich bin mir sicher dass viele dinge auch einfach passieren die nicht passieren soll und wo ich eigentlich da auch nicht so wahrscheinlich über happy sein werde aber ich sag mal so ich bin katastrophen erprobt und alles lässt sich immer irgendwie regeln deswegen gehe ich an die ganze sache total positiv und freue mich dass ihr dabei seid bis gleich im haus und die arbeiter sind jetzt hier schon im gange und besprechen alles das heißt jetzt kann es losgehen ich habe euch schon eine kamera hier so dass wir sozusagen einmal das ganze geschehen wie die ganze küche rausgerissen wird mit anschauen könnt und ansonsten ja wird jetzt noch ein bisschen Papierkram gemacht weil natürlich es ist ein großer auftrag den wir hier zu machen haben wir müssen jetzt einiges unterschreiben und dann geht's los dann geht's hier geht's gerade richtig zur sache hier geht's Mittlerweile ist natürlich mein Akku leer gegangen mit dem Freitraffer, aber guckt euch das mal an, die Jungs haben hier richtige Arbeit geleistet und der ganze Bude ist hier so verstaubt, ey, und alles ist ab. Guckt euch das an, voll gut, ey. Oh mein Gott, wir kommen der Sache näher, guckt euch das mal an. Ja, ihr Lieben, ich habe jetzt noch gerade ein paar Sachen geklärt für die Outdoor Area, denn auch hier werden wir Wände einreißen und neu aufbauen müssen. Ich mache mal so einen ganz kleinen Schwenk, also diese Wand hier hinter mir wird komplett weggerissen und diese Wand hinter mir wird hochgezogen, weil wir unseren Garten sozusagen noch mehr vergrößern wollen. Denn hier ist so ein Riesenplatz, genau dieser hier, der eigentlich nicht genutzt wird. Und deswegen, ihr Lieblings? Ja. Me too. Ich muss mal kurz aufhören, ich muss ganz kurz mit ihm alles klären. Ich muss sehr schnell alles klären für morgen, denn morgen geht es hier ja weiter. Die Jungs haben hier heute echt richtig krasse Arbeit geleistet, alles rausgerissen, ey. Ich sag euch das, das war echt heftig hier. Ja, ich zeig euch mal den Berg hier. So viel Schutter. Ach nee, ich wollte es so gut machen. Wahnsinn. Ja, also für heute war es das jetzt erstmal. Das heißt, es ist jetzt hier ein kleiner Break. Ich werde jetzt nicht weiter filmen können, was da heute noch alles passiert. Aber ich glaube, die werden einfach nur aufräumen und sauber machen noch den letzten Rest da vom Boden entfernen. Ich habe keine Ahnung, warum die da dieses zweite Level gebaut haben auf dem Boden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, hat es heute schon mal ordentlich was gebracht. Also wir sind hier schon echt weit gekommen. Jetzt habe ich einiges zu Hause zu tun. Deswegen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist ein neuer Tag angebrochen. Und das bedeutet, es geht hier weiter im Haus. Heute Morgen wurde diese Wand eingerissen, die hier sozusagen immer noch mit Kabeln und Stahlsträngen jetzt steht. Aber die Wand aus mir ist weg, weil wir wollen die Küche hier sozusagen ein bisschen in das Wohnzimmer reinkommen lassen. Und ich finde, es sieht schon ganz schön gut aus. Also zumindest das, was man bisher sieht. So sieht das nämlich jetzt aus, ja. Wir machen jetzt hier gerade den ganzen Schutt weg. Und ja, wie man sieht, dann haben wir jetzt hier jetzt einfach wirklich die komplette Ecke frei. Und haben viel mehr Platz für die Küche. Die Wand von gestern hier, die ist jetzt auch weg. Das sieht alles echt super aus. Ich hatte auch gerade schon einen Termin. Und zwar für diese Wand da draußen. Denn, ja, ich habe euch ja schon den Garten gezeigt. Wir haben hier hinter einen echt großen Garten schon. Aber dann haben wir noch diesen riesengroßen Vorgarten. Und jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Also so einen großen Vorgarten brauche ich jetzt nicht. Den würde ich natürlich lieber gerne privat nutzen. Deswegen werden wir diese Mauer hier einreißen. Und dann werden wir diese Mauer höher machen. Leider können wir das nur so höher machen. Und das muss dann im gleichen Stil wie diese Mauer sein. Wegen diesem Community-Look. Ich hätte natürlich lieber gerne irgendwas leichteres hier gehabt. Was vielleicht irgendwie auch mit Pflanzen ist oder sowas. Aber ist nicht erlaubt. Das heißt, das wird dann genauso aussehen wie diese Wand hier rundherum. Ja, und dann haben wir hier sozusagen einen riesengroßen Garten. Heute werde ich so eine kleine Mud Kitchen, so eine Matschküche für Leo machen. Wir werden wahrscheinlich auch einen kleinen Pool da reinbauen. Eine kleine Feuerstelle möchte ich haben. Ich möchte eine Hängematte haben. Also einiges ist geplant. Gott, ey, wenn ich das immer alles aufzähle und darüber nachdenke, dann denke ich so, Gott, ey, das wird Ewigkeiten dauern. Ich habe echt Angst. Und morgen wird diese Ecke... Oh, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Es ist einfach so laut. Morgen wird diese Ecke, diese Schminkecke weggemacht. Wir werden hier einen Durchbruch machen, damit wir dann hier durch in den Raum nebenan kommen. Und zwar wird das ein Walk-In-Kleiderschrank. Ich habe mir das immer gewünscht und deswegen gibt es das jetzt für mich. Und ich wollte das gerne von unserem Schlafzimmer hier sozusagen direkt in den Walk-In-Wardrobe haben, den Zugang. Und deswegen habe ich gesagt, ja, macht es am meisten Sinn, diesen Durchbruch hier schon zu nutzen. Denn ansonsten würde der Durchbruch ein bisschen schwierig sein. Also haben wir gesagt, wir nehmen den hier schon, der vorhanden ist. Und dann brechen wir das morgen auf. Ich werde wahrscheinlich nicht da sein, wenn sie den Spiegel removen und sowas. Weil die werden morgen früh schon ziemlich früh anfangen. Das heißt, die werden wahrscheinlich erstmal hier diesen Spiegel abreißen. Das gleiche gilt für diesen Frame hier. Also das werden die wahrscheinlich schon mal alles rausnehmen. Und dann, wenn der Durchbruch gemacht wird, dann bin ich wieder am Start. Weil ich dann schon sehen möchte, was hier gemacht wird. Ich habe da einfach, weiß ich nicht, ich will einfach ein Auge auf alles haben. Falls irgendwas passiert oder falls irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Dass ich da bin und... Ach Leute, das ist alles total aufgehend. Ich warte jetzt gerade noch auf eine andere Firma, die hier so ein paar Settlement Cracks machen muss. Das sind sozusagen so Risse in der Wand, die dadurch entstehen, dass das Haus sich sozusagen settles. Wie heißt denn das auf Deutsch? Ach, ist ja auf Fabian Cluster E-Roll. Ja, auf jeden Fall müssen die gemacht werden. Und dann habe ich einen Termin gleich. Dann hole ich aber vorher noch Leo ab. Und dann werden wir heute wahrscheinlich auch nochmal an den Beach gehen. Also irgendwie muss ich mal gucken, wie wir das alles weiter unter einen Hut kriegen. So, das erstmal hier von mir. Ich glaube, heute wird es nichts mehr großartig geben. Wir sehen uns morgen wieder hier im Haus. Und dann brechen wir lieber durch.